Ganz herzlich Willkommen zum Adventskonzert des Gesangvereins Könntrigen hier in unserer Kirche. Wissen Sie, was das Schöne in den Weihnachtsfilmen? Es geht immer um die Liebe, es geht immer gut aus und sie spielen meistens im Schnee. Und das ist ja das, wonach wir uns sehen, dass in diesem manchmal frostigen Alltag in der so oft kalten Welt, dass uns da etwas erreicht, was gut ausgeht und was heilen wird. Und diese Sehnsucht, die gerade im Adventskirbel wird, die wird immer wieder erlebt in Geschichten und in Liedern. Und darum freue ich mich, dass nach einer Corona-Pause es wieder möglich ist, dieses Adventskonzert zu hören. Und ich wünsche Ihnen beim Hören und beim Singen und Musizieren, dass etwas von dieser Sehnsucht spürbar wird für Sie. Ich wünsche Ihnen und mir und den Sängerinnen und Sängern und den Musizierenden und die Oka viel Freude dabei. Guten Abend, schönen Abend, es Weihnachten schon. Guten Abend, schönen Abend, es Weihnachten schon. Am Kanzel die Lichter, sie leuchten so fein, sie geben der Heimat einen helllichten Schein. Guten Abend, schön Abend, es Weihnachten schon. Guten Abend, schön Abend, es Weihnachten schon. Der Strefel, den Flocken und meistens der Wald. Nun freuen euch, ihr Kinder, die Weihnachten kommt bald. Der Strefel, den Flocken und meistens der Wald. Nun freuen euch, ihr Kinder, die Weihnachten kommt bald. Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Nun singt es und trinkt es so lieblich und fein. Wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein. Nun singt es und trinkt es so lieblich und fein. Wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein. Vielen Dank. Vielen Dank.